Jojo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Rocket Leech zusammen mit Gary und Tjark und irgendwie verfolgen uns Tierchen, jetzt kämpfen wir gegen ein Pferd. Und wir wissen ja, Tiere können uns einfach nichts anhaben und da schießt Gary sieben Sekunden und der Glock schießt da sein erstes Tor. Ich bin im Schnitt. Er ist im Schnitt. So knapp, so knapp. So, dann kann ich ganz gechillt auf die Seite fahren, weil da prügelt ihr euch eh schon genug drum um den Ball. Joa, schön. Danke Gary. Kein Problem. Ich hab noch ein paar frei. Ne, ne. Oh, ich hab gefehlt. Ach komm. Ja, zum Glück. Wozuher legt der hin? Ach mein Gott. Oh, sorry. Ich hab ihn fast gemacht, aber dann standen sie im Weg. Also eigentlich haben wir beide ihn schon vor dir fast. Ja, genau. Und dann standen ihr beide euch im Weg und dann wollte ich ihn machen und dann standen die Gegner im Weg. Okay, der erste Gegner hat schon keinen Bock mehr. Ich hab ihn ausgespielt. Ich hab ihn ausgespielt. Ich hab ihn nochmal ausgespielt, aber der fliegt quer übers Ding und schubst mich weg. Ja, ja, weißt du warum? Weil ich den Ball geklirrt hab. Darum darf ich das. Sag jetzt, wenn ich die nächste Vorlage für den Gegner mache. Ich hab auch noch einen Schuss bekommen und der hat direkt wieder geblufft. Das war mein... Nein. Ich hab ihn nicht mehr rausbekommen. Weil ich's kann, okay? Vielleicht zwei Schüsse, aber nur einen. Okay. Alter, was ist denn hier los? Oh mein Gott, oh mein Gott! Sorry. Sorry. Ich bin nicht mehr so fern. Die hat mich so ganz gechillt, der einfach grad aus dem Tor raus fährt, wie ich das so sehe und jetzt denk so. Ich dachte, das habt ihr alles in der Hand und ich kann mir meinen Fuß holen. Ja, ja, haben wir 100 Pro sicher. Oh. Oh, der ist gesprengt. Schönen Geri, schönen Geri, nochmal Geri. Schönen Geri, nochmal Geri. Ja, wenn du von der Wand weg... Nein. Das war natürlich alles so geplant und so als Pass, ja. Oh nein. Habe ich. Sag mal, warum ist jetzt dein Ping auf einmal so schlecht? Ja, jetzt grad leck ich komm. Nee. Jo, meiner ist, meiner ist, meiner ist grad total schlecht, ja. Oh, deiner brüch auch gar rein, ich fang auch gerade das Lecken an. Aber mein Ping ist eigentlich gut. Aber ich hab auch geklappt. Jo, danke. Sehr schön. Ja, wir haben beideselbe versucht. Brauchst du nicht Danke sagen? Das heißt, sorry. Das heißt, danke. Oh, come on. Wir haben das jetzt wieder gemacht. Der kommt. Nee, doch, doch, er geht an die Wand. Oh nein. Okay, das haben sie schön gemacht. Ich lenke ihn rüber. Rein wolltest du sagen. Rüber. War aber fast rein. Nein. Und? So weit weg warst du nicht mehr. Hast du nicht drin? Alter, gehen wir auch alle mal aus der Sonne hier. Im Winter. Ja. Falls dir noch nicht aufgefallen ist, es schneit. Das wäre mir tatsächlich interessant. Oh, nee. Oh, yeah. Oh, ich bin einig. Dann kommt wieder hier ein Acker auf Bayern. Boom. Den hab ich schön laufen. Das ist meiner, ne? Gut. Ihr First Contact. Schau, alles geplant, Gary. Jetzt mach es. Sehr schön. Sag mal. Das stimmt dir egal. Weißt du, wenn man auf Teamplay geht, ne? Tja, wenn man mal mit den anderen zusammenspielt, dann funktioniert es auch. Schau, ich hab mich geopfert und ihm den Ball rüber geschossen. Ist selbstlos von dir. Ja. Bin ich auch. Oh, sorry. Jetzt opfer ich mich wieder und gib den Ball in die Mitte. Schau, mit Gary bin ich einfach Teamplayer. Du erzählst gerade aus irgendeiner Situation heraus, dass es das totale Teamplay ist. Ey, es ist das totale Teamplay. Hast du gesehen, wie ich den Wolli in die Mitte geschossen hab? Ja. Nur weil du sowas nicht kannst ja. Genau. Oh nein. Ich hab mich ausgespielt. Oh. Ja, ich hab ihn geserft. Nachdem ihr ihn beide auf mich geschossen habt. Teamplay nennt man sowas. Den bring ich euch mal wieder rein da. Bring mir, wo Toro. Oh, 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 oh. Er kommt. Ja. Und ich lege ihn wieder hin. Schau mal, wie selbstlos ich bin. Aber ihr seid beide nicht da. Da will ich das wieder selber machen. Das geht nicht. Dann, warum bist du da nicht da gewesen? Dann hast du drei gefahren. Ich hab versucht zu kommen, aber du hast ja keine Flanke angekündigt. Ah, ich würde gesprengt schon wieder Franzi. Flanke, komm. Okay. Bin noch vom Weg. Aber die kommen scheiße. Wo ist das so schön? Kein Problem. Flanke, komm. Flanke, komm. Ich mach den nicht. Ich schnapp ihn mir. Oh. Ja, Teamplay. Also ja, ganz genau. Toller Pass, Sven. Bitte, bitte. Ich brems den aus. Mann, ich hab nicht ein Tor. Ich glaub ich auch nicht. Ich hab alle Geri vorgelegt. Ne, ne, eins hast du. Oh, ich hab eins. Okay. Aber ich hab... Hä, ich hab nur eine Volllage. Ich hab nicht alle vorgelegt. Euch vor allen Dingen. Ja, wir machen mal wieder. Wir brauchen schon, ne? Die sind schon alle weg. Wir haben das erste Mal wieder gewonnen. Daraus hier einfach keiner gegen uns mehr. Und einfach schon zu gut. Das müsste es auch Ranked geben. Ja, da wären wir echt gut. Ja, das würde schon weichen, wenn man sich dann private Spiel damit erstellen könnte. Kann man? Ne, kann man eben nicht. Was ist denn im Mutator Matchup mit drin? Ne, ne, ist eben nicht dabei. Nicht? Echt nicht. Das kannst du dir... Das kannst du nur über diesen Modus da spielen. Oh, schade. Weil die anderen kannst du ja alle über den Mutator Matchup irgendwie mit reinnehmen. Jo, aber du kannst weder den Puck einstellen, noch das Stadion. Oh. Vielleicht kletschen die das noch hin. Ja, ich hoffe. Der steht mir im Weg. Okay. Die, die, glaub ich, können was. Weil sie stehen alle im Weg. Allesamt. Dann ramm ich den weg, dann ramm ich den Nächsten weg. Weil er mir auch wieder im Weg steht da, zack. Dann haut Gary's Tor rein. Jo. Schön gemacht, Gary. Glaubst du ein Tor, oder? Ja, tue ich auch. Jetzt darfst du wieder aufs andere Tor schießen. Teamplay und so, ne? Denk dran. Du tust das fürs Team und nicht für deine Tore. Oh. Ja, egal. Ich mach Vorlage. Oh. Kein Buß. Du bekommst Vorlage. Nein, du machst keine Vorlage. Gary macht Vorlage. Es wär eine Vorlage gewesen wärst du noch lange. Ich hab's probiert, aber es ist einfach explodiert. Nullpunkte, ne? Möchte ich nur mal so anmerken. Ja, wir spielen ja auch noch nicht mehr 30 Sekunden, ne? Na und? Und hier in dem Modus, finde ich, kann man auch nur durch Tor und so. Punkte machen wir Fallrückzieher und so. Die kommt's einfach nicht hin. Oh, die Scheiße kommt der denn? Richtig scheiße. Schau, jetzt hab ich 20 Punkte. Und ne Vorlage. Hoffentlich. Ja, hab ich auch noch. Schau, jetzt hab ich schon 70 Punkte. Wie schön ich dir den wieder hingeschoben hab, ne? Sag mal danke. Ich hab ihn reingemacht. Das war Teamplay. Nur für dich. Ja. Du hast verzichtet noch. Ja. Nicht einfach, weil du keinen Boost mehr hattest. Ich hatte einen Boost. Aber ich wurde weggerankt. Aber ja, ich hab verzichtet. Oh, jetzt wurde ich aber hart weggerankt. Aber meine Vorlage, schau, ich opfere mich hier für euch auf. Oh, ist doch mein Tor. Genau. Und ne, und Mittelfeldpass hab ich dafür auch noch bekommen. Aber kein Torschuss. Ne, aber ein Tor. Cheater. Ich hab keine Schüsse, aber ein Tor. Ja, so macht er das heutzutage. Ist immer noch meiner, ne? Dö. Ich glaub, ich bin ein bisschen aneinander hängen geblieben. Hast du zehn Fallrückzieher? Ich hab keinen Boost mehr. Ja, okay. Ich hab mich völlig geopfert. Und dafür kacke ich's. Schau, ich hab mich für dich geopfert. Ich hab ihn noch reingehört. Ja, eben, weil ich für dich vorbeigesprungen bin, damit du ihn machen kannst. Genau. Damit du ihn machen kannst. So auf-auf-auf-auf-unsch für dich bin ich. Und da hat schon der erste wieder geliebt. Oh nein, das Pferd ist weg. Ah ne, das Pferd war eine erste Runde, ne? Oh nein, das Pferd war eine erste Runde, ne? Wir sind ja schon wieder in der zweiten. Oh! Aber der Hund ist noch da. Wir müssen gewinnen, weil wir haben als Gegner schon wieder ein Tier. Wir haben einen Hund. Ja, Mann! Nein! Nix, ja, Mann! Das wär zu schön gewesen, wenn ich so ne Frist nicht von mir weggeflogen hab. Er zeigt mich fürs Team überhaupt, Mann. Siehst du ja, was dabei rauskommt. Da wollte er wieder ein Tor machen und hat sich gedacht, nee, Flankes sicher bringen, mach ich nicht, ich fahr dran vorbei und hoffe, er geht vorbei. Ja, ja. Hab dich durchschaut. Nein! Das war jetzt auch nicht sehr teamförderlich, ne? Ja, irgendwie muss ich ein Tor beschließen. Der war sogar sehr schön geschossen, ja? Respekt. Also hast du nur unter 100 Punkte, ne? Wir haben vorhin gesagt, alles unter 100 ist scheiße. Dann mal auf Zeiten hier. So, kommt. Schau, wieder auf obfangen, sonst würde ich mit dem Mittelfeld passen. Und dann werde ich dagegen weggehen. Ja, ohne Bruce geht halt auch nix. Ich häng an der Decke. Oh, jetzt schießt er auch noch mal ein Tor, oder? Nice one. Mit was für Idioten arbeite ich hier eigentlich? Den habe ich ungewollt beschleunigt. Ja, hast du. Ungewollt beschleunigt. Ich bin vorwärts geflogen, denn ich habe mich nicht den da rückwärts beschleunigt gehabt. Naja, du hast ihn angeschnitten, ne? Du kannst ja auch einen Ball aus dem Stand quasi ziemlich schnell bekommen, den du ihn schräg auf deine Autotraft steigen lässt. Das hast du heute auch gemacht. So, wir machen den jetzt. Mach du ihn. Oh, schauen wir ihm doch längst zu. Wir spielen weiter. Oh. Ich wollte mich ja fürs Team aufopfern, aber dann hat er einfach gefehlt. Ich war noch gar nicht dran. Hehehe. Also in meinen Augen warst du schon dran vorbei. Ah, in der Wiederholung sieht es anders aus. Sorry. Kein Problem. Nein. Schau, eigensinnig geht einfach nicht. Ich habe mich für das Team in die Verteidigung geworfen und mache damit die perfekte Vorlage für das Team mit Mittelfeld Pass. Nein. Keiner ist da. Wird das voll die Tor? Ja. Sogar im Rückwärtsgang. Den hast du aber gemacht. Ja. Aber ich habe versucht ihn rauszuholen. Also ich habe ihn nicht beschleunigt und noch nicht reingeschlagen, sondern ich habe seinen Winkel verschlechtert. Na, es war bisher die beste Parade von den drei, okay? Ja, schieß perfekt. Das war nicht ich. Wie soll ich denn sonst antieren? Wenn du dich, wenn du, wenn du mich direkt vor mich stellst, bist du selber schuld. So, jetzt sollten wir uns wieder anspringen. So stehen sie überhaupt nur fünf? Ja, wir haben zwei Hunde als Gegner, zwei davon sind zu viel. Hehehe. Ach tatsächlich, ja. Zwei Hunde als Gegner und Lappen im Tier. Ja. Hehehe. Oh, der kommt. Das sehe ich, das sehe ich. Das sehe ich. Das sehe ich. Ich habe dir gesagt, dass der kommt, aber es wollte mir ja wieder keiner glauben. Es wollte mir einfach wieder keiner glauben. Ja, geht ruhig zu zweit drauf. Ja, und? Wir haben ihn geholt. Und was machst du jetzt? Du triffst ihn nicht mal. Schau mal, und jetzt mache ich hier noch die Superparade. Ich übernehme mal, weil ich habe Boost. Jo, ich nicht. Ah, ich habe mich fürs Team aufgeopfert. Es hat auch fast geklappt. Da, in die Mitte damit. So, und jetzt fürs Team. Hab's versucht. Oh, ich habe gar keinen Boost mehr. Nein. Geht auch nicht. Das ist ungesund jetzt. Ah. Hast du den denn bekommen? Keine Ahnung, aber ohne Boost. Jetzt habe ich ein bisschen Boost. Und das bisher hat auch fast gereicht, um den Ball rein zu zaubern. Und jetzt habe ich's gekackt. Ja, ja. Nein, es geht noch ins Aftertime. Ha! Oder? Ah! Yes! Wie schön ich dir den wieder vorgelegt habe. Ja, genau du. Ja, es war ich. Ja. Jetzt verlassen sie alle. Das war wieder das zweite. Spiel, oder? Ja, ich glaube schon. Das erste war Krieg, das fährt. Heißt auf gut Deutsch. Oh mein Gott. Heißt auf gut Deutsch. Wir haben die Folge schon wieder geworden. Langweilig. Nein, Leute. Ich würde sagen, wir sind es das nächste Mal in einer weiteren Folge. Und bis dahin. Saus und tschau. Tschau.